Schiedsrichter! Punkt 2, Chef Schiedsrichter, ich wollte einen Pass hochschlagen. Das gibt es hier nicht. Das gibt keinen Pass hochschlagen. Das gibt keinen Pass hochschlagen. Okay, Lightning Speed, bist du bereit? Ich bin bereit. Ach so, ach du, ach Gott, oh 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 jei, das ist ja jetzt völlig wild. das ist jetzt das ist extrem jetzt geht es wirklich um schnell die figur das ist dein spiel das habe ich schon gedacht das ist ja 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 genau nein oh gott was mache ich denn das ist jetzt nicht mein spiel kommt schon kommt schon kommt ja das gibt es hier nicht ich frage mich wirklich ob das geht das gibt es was probiert oder was ich wollte ich habe die d6 gemacht aber es wurde nicht das ist natürlich jetzt das ist schon schnell aber lustig ist auch okay kommt einmal noch natürlich wieder der altbewährte was sonst nein ja zu lange da muss echt flink sein da hast du ein schönes Feld gefunden das war klar aber ich bin trotzdem mit der Gesamtsituation zufrieden warum nehme ich denn den nicht ja diese diese bauern nein die kommen einfach über weiter vorne das ist einfach trotzdem zwei figuren mehr na komm der bau muss jetzt reißen hier nein nein das ist die chance nein das war so kurz vor dem sieg und ich schlag den bau schlag ich denn den bauern das war sowas von unnötig da war richtig fetter fail zum abschluss das war glück also so können wir nicht gehen ja eins müssen wir machen jetzt ist klar willst du lightning oder standard nochmal lightning da habe ich bessere schocks auf jeden fall lightning ist echt zu schnell für mich mein kopf kann aber nicht mit ja das ist das ist gut so los geht's ja da ist die dame ich bin sowas von raus ne ich kann einfach ja jetzt habe ich dich wirklich aber so komm das muss ich doch jetzt was schaffen hier ich muss jetzt Ruhe bewahren einfach Ruhe bewahren ganz gemächlich hier ja du willst dass ich den schlage ne das war klar nein es ist doch verflucht so die decken sich zumindest das ist doch schon mal ganz gut da ist das ding es ist ein sehr nervenaufreibendes spiel die könige hatten aber exakt denselben cooldown es war ja und ich habe dummerweise habe ich gar nicht mal probiert zu schlag ich wollte weg das hat auch überhaupt keinen sinn gemacht ähm ja ja naja alle letzten vier Minuten haben wir noch ähm das ist auch gut so eine noch oder was okay eine letzte wie zwei spielsüchtige schreiben hier schon die Leute ja das muss auf jeden Fall ein bisschen süchtig aber das sind die beiden das sind die beiden Formate die es gibt oder was lightning und Langzeit ich glaube bisher ist das was im Angebot ist ich werde natürlich hier jetzt Lobbyarbeit machen dass wir da noch mehr Bedenkzeiten kriegen dass en passant eingeführt wird ähm also ich denke da geht noch viel okay komm einmal noch einmal grüße an Matthiasu danke für den Support auf jeden Fall okay jetzt komm 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 jetzt einmal mit schwarz gewinnen das war schon ein langsamer Start was mach ich denn ja 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 ich bin ja komplett hinten in der Entwicklung ne ich bin nicht schnell genug mir fehlt einfach ne ich bin nicht wie fehlen die APMs zu diesem Format wuuu 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 die Figuren die sagen sofort immer nach ey wie soll man denn jemals irgendwas schlagen waa 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 oh nein waa 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 ok wir hören auf wir hören auf das ist nur schlechter so schlechter das war das war noch ein tiefpunkt okay okay die schmach muss ich glaube ich einfach so jetzt hinnehmen ich hoffe dass das der beginn einer langjährigen rivalität ist wir sollten nur noch kung fu chess streams zusammen machen wenn überhaupt müsste ich jetzt erstmal trainieren das ok das ok ich werde natürlich auch trainieren kommt vorbei hier auf nichts zu tun mit dieser seite niklas vermute ich auch nicht kfchess.com ich werde den ganzen tag ganzen tag darum hängt kfc chess da denke ich immer dran wenn ich das sehe ich habe richtig gesagt kfchess oder kfc hess kfc hess ja kfc chess ok chess 24 was ist los können wir kung fu chess machen ja muss doch gehen ich hoffe euch hat das video gefallen wenn dem so ist lasst gerne einen daumen hoch da abonniert den kanal und aktiviert die glocke dann seid ihr hier immer up to date darüber hinaus wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet schaut euch einmal die youtube mitgliedschaft an alle infos alle vorteile davon findet ihr wenn ihr auf den button klickt bis zum nächsten mal